Ja, Longa, grüß dich. Sagen Sie, wo wohne Sie dahin, oder was? Wie ist denn Ihr Name? Ich wohne da, in der Baracke 8. Ehrlich? VWL68 wohnen Sie auch, oder was? Hallo, hallo. Ach du Scheiße, geil. Wie heißen Sie? Ich bin die Fridolin, Longa. Fridolin mit PF, oder was, Longa? Mit PF, mein Pföchter mit Nachname, mit PF. Fridolin Pföchter, oder was, Longa? Ah, jo. Geile Scheiße, mein Name ist Maik Müller, Longa. Ich sag da folgendermaßen, ich suche irgendwo einen Unterschlupf von meinem Pflänzel. Die brauchen ein bisschen zu langer, ein bisschen zu... War so eben da, ohne, da waren ganz viele Pflanzen, Longa. Wo? War so nett, die Damen, guckt auf den Stuhl, Herr, wisch. Ehrlich, jetzt? Und sie ist, also, der Fridolin sagt, oder Herr Pföchter, Longa? Alles. Du musst auch, wie sagen, so heißt ich, im Moped Club, Longa, wisch. Ach du Scheiße, da Pfri, Longa, ach du Scheiße. Vom East-Zeitgewechselt, VWL68, oder was, Longa? Das siehst du, ich auch hier aus der VWL68, warum haben wir uns noch nie getroffen, Longa? Ich bin gar nicht so viel draußen wie ich, aber ich hab kein Fenster mehr, mein Röhre-Fenster ist kaputt gegangen. Ehrlich, ehrlich, scheiße, ehrlich, scheiße. Ach, ich lieb's dir. Mein Sohn, der hat, wenn er getasert irgendwie, und dann hat er die Fernbedienung hinein gekloppt, Longa, wisch. Und jetzt hab ich kein Fenster mehr. Warte mal, wie hat er geschrieben beim Tasern? Auaa! Warte mal, wissen Sie das, ja? Ich weiß nicht, ich wurde auch schon mal vom Laser getasert, das ist genau so. Auaa hat's gemacht, Longa, ich sag Ihnen, wie es ist. Und oben, die Dame. Ich brauch oben, sie haben einen Platz vor die Pflanze, Longa. Ich brauch, ah ja, und die muss wachsen, die Teile, Longa. Mal, wenn wir da langlaufen, da sind ein paar Pflanzen, glaube ich. Komm, sie mit, da, guck sie mal, da unten. Natürlich, guck ich. Was sind sie? Ja, da hab ich sie doch her, du Hase, Henn. Ach, wo ist sie hier? Ach, du Scheiße, da sind sie doch her, Longa. Dorthin sitzt Jutta auf dem Stuhl, wisch. Die hat das Kiosk in der, in der, in der, hier, in der Bracke 6 gekehrt. War ein gutes Kiosk, henn. Ach, du Scheiße. Einer für alle und alle für die Favela, wisch. Favela ist von live, Longa. Da hast du in der Tasche, hast du immer was, du Nasche. Und, hier wird's neu, Longa. So, die Haze-Jugend. Nee, das ist ein gutes Favela-Skunk, Longa. Ja, man kribbelt einen Nippel, ich sag das, Longa. Es kribbelt so im Gebälk. Ja, war das richtig? Na klar, Longa, Favela Müller, Longa. Scheiße, komm mal dahin, was ist das? Ein Tourist, oder was? Macht der Fotos, oder was? Hast du das gesehen? Das will ich nicht, Longa. Macht der Selfies? Ist der aus der Favelas, oder was, Longa? Ist er aus der Favela 6-8, oder was? Frutschen, ist er... Du machst keine Handybilder, außer jemand, der aus der Favela 6-8 ist, Longa. Herr, Longa, was machst du denn da? Nein, 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 nein. Ähm, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Scheiße, sind Sie bei einer Tourist oder was, Longa? Nein, Kerle, ich bin hier Herzog. Und ich will nicht, dass man mir das in die Schuhe schiebt, das ganze Tab. Und was steht da, lieber, damit habe ich nichts zu tun. Ach, du Scheiße. Und Sie, ich sag Ihnen, ganz ehrlich, sind wir alles Nachbar, aber kennen uns noch nicht. Was machen Sie gerade? Machen Sie gerade einen Schmick-Schmock-Livestream oder was? Oh Gott, Mikro-Aggression, Achtung! Ach du Scheiße! Geh auf die Seite, wenn ich in Fahrt komme, wenn ich in Fahrt komme, ist es vorbei! Der schlägt, ach du Scheiße! Das wollen wir nicht, so was! Ach du Scheiße, ne, da drehst du, guck mal, guck mal! Man geht das Mob weg, Lange, du machst kein Bild da hier! Das sind die selften Selfies, wenn es aggressiv ist, Lange! Guck mal, wie er um uns kreist, Tim! Ich sag dir, wie sie ist, wie er dich anguckt! Ich komm nicht mit klar, ich komm nicht mit klar! Lange, gib dem Marihuna, Lange! Fridolin, bring ihn auf der Teppich, Lange! Jedenfalls, diese Schmiererei, das unterstütze ich nicht! Bevor man mir das nicht schiebt, hei, hei, hei! Fridolin, der wohnt in der Favela 68 und ritt durch wie in der Schmiererei? Hat er eben auf meinem Favela-Platz Prosecco gesagt! Und die Schmiererei, Herr Land, ach du Scheiße! Ritter, ich pumpt der Gleitexport ins Gesicht! Herr auf, die Polizei war es das letzte Mal in der Achtigerjahr hier, Lange! Was ist ein Vogel, Fridolin und der Favela? Die Favela 68 hat seine eigene Dinger? Wie hessen Sie? Hier sind die Polizei! Fridolin und Freddy oder was seid ihr? Nein, 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 meine Eltern waren schöner! Ach du, du Scheiße, ach du Scheiße! Also ich sagte, wie sie ist der Fridolin und der Freddy! Oh, der stellt schon das Bier weg! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was macht die Lady do? Fridolin ran ans Getümmel, Lange! Hallo? Ja? Was machen Sie denn hier? Ach du Scheiße! Wer sind Sie hier? Also wegen der Schmiergelei da, ich habe ein Vordruck gemacht, das war ich nicht! Scheiße! Was machen Sie hier? Ich wohne hier! Und arbeite hier! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was ist denn da drin? Was ist das? Sieht aus wie schwedische Penisbombe! Mach Spaß, Lange! Ich habe aber elektrisch! Ist das gleiche? Elektro-Schrott oder? Guck mal, Neufriedo! Ist doch was von dir drin? Ich sortiere den immer, ne? Ja, was machen Sie hier? Ich stelle den mal kurz da hin! Wir wohnen doch hin, Lange! Sie fragst, was machen Sie hier? Ich sag Ihnen ganz ehrlich, also Favela 684Live, Lange! Ich sortiere den Müll, macht ihn von Braun zu schwarz! Warte, schreibe ich mir auf, macht sie von Braun zu schwarz? Von Braun zu schwarz? Von Braun zu schwarz? Hier kommt der Elektromüll rein! Ja? Und hier der andere! Ich sag Ihnen ganz ehrlich, Braun zu schwarz haben wir früher auch mal gemacht, wenn wir mal gebastet haben! Ich sag Ihnen, wie sie ist von Schorre zu schwarz! Ey, ist der andere! Ich sag Freddy, Fridolin und wie war Ihr Name, Chefin? Ronja! Ronja, die Sortierungstochter! Ronja! Ich sag Ihnen ganz ehrlich, Sie machen das so, als würden Sie das jedes Tag machen, Ronja Longa! Ich sag dir, was sie ist! Ja, tue ich tatsächlich! Meine Ohrringe habe ich auch im Müll gefunden! Ihr könnt auch mal gucken, ob ihr Glückszieher habt, ne? Wir machen das hier so! Was haben Sie? Ich pack die! Es gibt so ein Spiel hier in den Favelas, ja? Einer packt die Mülltonne und alle dürfen einmal reinfassen und das, was sich gut anfühlt, dürft ihr rausziehen! Ja, und ich bin... Dann habe ich eine Spritze in der Hand, ich kenne das! Hm? Ne, vielleicht hat man aber auch Glück und Gummistiefel oder so! Favela wischteln, oder? Ja, genau! Guck, 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 nein, Fridolin! Was soll ich raus? Ach du Scheiße! Was ist denn das? Ach Scheiße, Longa, was soll ich denn rauskommen? Doch, ich doch! Ach du Scheiße, Fridolin! Von ja! Okay, jetzt... Okay, Freddy, du bist dran! Darf ich dir mein Herz geben? Ich trau mich nicht! Äh, nee! Mach du zuerst! Dann lass sie jetzt fliegen, Longa! Ja, lass sie fliegen! Okay, ich guck einmal neu, was da so los ist, Longa! Unter dem Ding, unter dem Ding, was liegt denn da unten drinnen? Da liegt ein Amazon-Kiste drin! Ne, was ist denn das? Ich glaube nicht, dass die original... Oh! Was ist denn das? Oh, er hat Glück gehabt! Oh, er hat Glück gehabt! Oh, er hat Glück gehabt! Oh mein Gott! Das ist Marihuna gepresst, aber dem riecht nach Urin, Longa! Was ist denn das? Was ist denn das für ein Haufen, Longa? Das ist einfach wie ein Müllhaufen, Longa! Oh, es tut mir leid, das liegt an der Tonne! Darf ich noch mal? Ja, warte, hier! Was hast du rausgeholt? Da war rausgeholt, Longa! Ach, der ist rausgeholt, Longa! Ach du Scheiße! Hey, das ist meine! Ist das Ihre? Ey, bitte nicht drin rumhüllen! Das ist Privatsphäre! Boah, geil! Was ist denn das? Komm auf das Cover! Was ist denn das? Oh mein Gott! Das ist doch... Happy Weekend! Junge! Ach du Scheiße! Aus den Nippeln! Was ist denn das? Ich schmeiße dich direkt wieder rein! Das ist mein Haus! Soll mal einfach klingeln, oder was? Ihr könnt einfach reinlaufen! Ich habe nicht mein Dach! Ach du Scheiße! Okay, sehe ich Longa! Sehe ich! Ihr Lieben, können wir bitte so ein Ruf ausmachen? Was? Pfififififi? Oder? Oder? Ja, irgendwie sowas! Schreibe ich mir auf, sagt mir was, Longa? Ich weiß nicht genau, aber irgendwas, wo ich dann weiß, ihr seid das, ja? So ein geheimes Ding! Könnt ihr es zwitschern? Warte mal! Pfifififi! Das kriege ich auch hin! Warte mal ganz kurz! Pfifififi! Was war denn das eh? Es war aber ein abgestürzter Vogel! Pfifififi! Das war doch der Vogel aus der Elektrotonne, oder? Natürlich! Entspannung! So, von ja wollen wir uns nicht alle elektronischen, nicht mit der Nummer, oder was? Wie ist los? Wie schießt man denn los? Durchladen und Abschießen! Von ja wollen sie auch meine Nummer, oder eher nicht? Natürlich! Mit PF, wichtig! Jemand muss dir ja was zu essen kochen in Zukunft, sonst fällst du ja vom Ungerhagen, Junge! Ach du Scheiße! Ich will beim Polter oben dabei sein! Ich sag dir wie süß, Longa! Einmal guck die Nummer an! Wenn ich ihn heute Abend mal so wützige Whatsapp rauspfeffer, oder eher nicht? Ja, das ist nicht mal die Nummer! Was ist denn eine wützige... 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 Erklär das mal bitte! Schreib das mittelstage, Borg, Longa! Ich schreibe, was es so macht, und wie es hier geht... Aber was ist ein wützig... Was ist denn eine wützig... Was ist denn... Erzähl mal, oder? Na, ich würde schon was Passautes dazu schreibe! Scheiße, du kennst die Frau halb Stunden lang... Äh? Es sollte man gemorren, eine Favela... Oh, aber das bricht das Eis! Ja, das ist super auf dir durch, oder? Ich möchte tatsächlich die Nummer nicht haben! Idoli sagt er, wie sie ist... Nur morgen, du bist mit der Tür ins Haus hineingestolpert! Ich sagte, Fridoli, du gehst richtig nach Alfredi... Von dem müssen wir noch lernen, du hatte richtig Feuer... Der hatte ein Favela-Feuer, hatte er! Sag mal, Mike, kennst du dich hier ein bisschen aus, oder? Natürlich, natürlich! Mach nur mal so einen Rundlauf, sag uns was, über jedes Gebäude oder sowas? Gibt es eine Geschichte zu der Favela oder sowas? Ich sag dir ganz ehrlich... Prominente Leute, die hierher kommen, oder? Warte, 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 warte... Du wohnst ja neu... Also folgendermaßen... Die Multimillionenstadt ist fast Seuchlung! Im Abwasser... Also du kannst... Wenn du irgendwo wohnen kannst... Ich sag dir, wie siehst, es steht nur in Favelas... Das Ding ist, die Multimillionenstadt hat fünf, sechs Favelas! Komm, zeig mal, was mit dir abgeht... Ey, ich geh weiter arbeiten... Sie müssen es schaffen, oder was, weiter, oder was, Chefin? Hallo! Ja, ich werd noch mal eine halbe Stunde arbeiten, oder so... Vielleicht, ähm... Natürlich! Da ist... Sie haben ja... Sie haben ja die Nummer vom Fridolin... Sie haben ja die Nummer vom Fridolin... Sie haben ja vom Fridolin... Ich sag dir... Wollte nicht... Das soll man meinen... Aber vom Fridolin haben wir sie doch... Können sie einfach vom Fridolin... Mach ich sie... Ach, Herr Fridolin... Ich hab jetzt schon angefangen zu kochen... Der ist ding... Der braucht jetzt zwei Bier, dann geht's ihm wieder besser... Zwei Export langer... Ich wünsch euch was... Ja, bis nachher... Adi... Ich wünschte Frau... Doch, Scheiße... Ey, du bist im Rennen wieder... Nee, du bist wieder im Rennen... Friedo, du bist im Rennen... Ich bin nicht im Rennen... Guck mal, die kommt zurück... Die kommt zurück... Die kommt zurück... Nein, Fridolin... Nein, Fridolin... Nur mal nochmal zur Info... Für dich auch... Ich bin die Einzige... Die... Guck... Die... Einzige... Was? Einzige... Einzige, ja... Einzige, ja... Write... Die... Say... STUDYZING Mike, Mike wie der Müller, Müller, Müller wie der Mike.